Okay. Gut, ne? Nicht, okay. Ey, ich bin auch ein bisschen durch den Wind. Sorry, Leute. Ich muss einfach eine Geschichte machen. Ich weiß nicht. Aha. So. Nice. Nice. Aha. Ja, man, ich höre es. Ja, man, ich höre es. Oh Gott, was soll ich jetzt sagen? Das ist voll gefährlich, was du gerade machst, gell? Scheiße. Danke. Hallo, Mama. Hallo? Ich habe einen USB-Stick hier. Wo soll ich denn reinstecken? Willst du den? Na ja, dann mach doch mal. Stecken drauf? Ja, reinstecken. Ich will immer reinstecken. Funky Puss, erster Beat. Michalow. Das ist unser Schwerer, das ist ein Schwerer. Geht hier. Allein nicht einmal zu dem anderen. Furchtbar. Furchtbar, das ist ein Schwerer, das erstaan. Der Moderator ist parteiisch. Willst du noch laufen lassen ein bisschen? Oder ist es okay so? Alright. Für den Effekt. Das war der letzte Beat von allen. Der hat mir Spaß gemacht. Deshalb spiele ich den jetzt einfach mal vor. On Fire! On Fire! On Fire! On Fire! On Fire! On Fire! Okay, noch einen letzten großen Applaus für den Funky-Post bitte! Der hat's ja auch Mühe gegeben! Ja, ja! Hallo? Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Hör zu operational Punkt! Naja, ATWAAN. Ungefähr. Oh, Hör Juich, Hör Juich. Ich muss jetzt mal sagen, die Kreise schließen sich. Es ist so grandios. Hammermäßig. Was is Hip off? Das ist der Bursche hier, der war so krass, was ist das nicht? Kind, ich krieg's nicht. Ich geh jetzt noch raus. Ja, schnell mal runter. Ja, okay. Du bist der, das sag ich meiner Mutter, am Montag, wenn sie wieder kommt aus dem Urlaub. Ich hab den... André Lasseur auf der... André Lasseur, genau. Soll ich Gruß sagen, oder? Okay, gut. Okay, beat man. Genau, ja ich hab nen Beat gemacht, die Platte hab ich jetzt nicht dabei, aber ich kann euch das Handeln vorspielen. Müssen wir ein paar Knöpfe drücken und dann geht es so. Okay. Ja, aber... Kompliziert mit dem Kabel hier so ein bisschen. Sehr kompl... Alles klar, Sat.1 aus Bad Schönborn, der Sohn meiner Kindergärtnerin. Komplex! Äh, Komplex natürlich, Entschuldigung. Ich komm aus der Neckarstelle. Wir hatten grad Sat.1 gerufen. Sat.1! Hier, bring mich mal nicht durcheinander, Digga, ich bin grad emotional berührt, okay? Das gibt's doch gar nicht. Echt? Okay. Ich hab hier nur gesampelt. Bisher hab ich ja noch nix gemacht so. Bisher hab ich nur Record gedrückt so, ne? So. Was war das? Santana? Das war Santana auf jeden Fall. Pass mit der Rückkopplung auf, Bruder. Geil, oder? Santana Exempel. Okay, jetzt haben wir los. So, dann geht's auch gleich los. Ich geb dir das Mic wieder. André lass hören, ne? Ich frag dich später noch. Geil, das ist ja geil. Geil, das ist ja geil. Geil, das ist ja geil. Ich hab hier auch schon. Oh, shit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020